Mietverträge können befristet und unbefristet abgeschlossen werden. Befristet ist ein Mietverhältnis immer dann, wenn von Anfang an ein bestimmter Endtermin feststeht. Mündliche Mietverträge sind automatisch immer unbefristete Mietverträge. Mietverhältnisse, die in den Voll- und Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes fallen, haben eine Mindestbefristungsdauer von drei Jahren. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern kann diese Befristungsdauer auch unterschritten werden. Wenn Sie sich unsicher sind, in welchem Anwendungsbereich Ihr Mietobjekt fällt, holen Sie sich Tipps und Ratschläge von unseren Expertinnen.